Hallo und willkommen zurück zu Unreal. Ja, wir sind hier in Napali Zufluchtsort und zuletzt überhaupt nicht weiterkommen weil wir nichts gefunden haben. Ich weiß jetzt aber wieso. Hier geht es nämlich weiter. Das muss man sich erst mal wissen. Ich muss gucken, ich hab es echt nicht mehr gewusst. Da muss man dann hochschießen. Dann geht hier was kaputt. Und dann... Dann muss man sich noch dieser komische Alter... Guck mal, ist eine Spinne da? Oh, da sind wir. Da muss man jetzt immer noch mit den nervigen Viechern rumschlauen. Oh, fuck. Mann ist das. Genau das. Oh, oh, oh. das ist ein bisschen besser das auch nicht das ist die falsche waffe dafür das ist ein bisschen besser das spiel Sooo Ah, okay, hier ist er jetzt alles klar in diesem Haus. Das war aber... Okay. Oh, Nachricht. Ich habe gesehen, wie seltsame fliegende Bestien nachts im Berg verschwinden. Ihr Gebrüll, wenn sie über mir fliegen, ist man beteiligen. Nie zuvor habe ich so etwas gehört. Großes Übel innerhalb des Berges. Ja, da müssen wir wohl Ausschau halten. Aber... Was ist das? Riesiger Buttplug oder was? Gibt es hier irgendwas? Irgendwas Geheimes? Nee, aber nicht. Moment. Oh. Ach, guck mal, das ist das große Tor drohe, oder? Okay, das hat sich eingerastet angehört. Äh, nein. Genau. Ei, wunderbar. Oh, okay. Ach, ich wollte aber grad schon schießen. Haha. Eikulig. Geh, hier rein. Du musst so rum, da laufen noch die Feinde rum. oh ja ja jetzt war voll ich fühle mich immer gut ich finde die gegnerische Schüsse echt gut muss ich sagen so alles gut alles gut so warte mal ich wollte es ja schon mal gucken was hier alles ist oh okay alles klar ja okay gut hier ist nix außer bisschen Wasser ne hier ist nix alles klar schon geil aus also ein bisschen retro aber irgendwie vor allem denn eine Farbe und so das kommt immer noch richtig gut klick halt ich will da gar schon wieder schiesse ja ich komm ja dahin will ich aber auch noch hin lass mich mal vorgehen dass da irgendjemand kommt das ist das ist ja das ist Ah, jetzt haben wir gar nicht gespeichert. So was aber auch. Ah, das sind doch nicht schlimm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das war doch so ein Schuh irgendwas. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Dann halt ganz hart. Ja, ja, ja. Ich glaube, das große... Das große Gemäne nehmen wir auf mit dem... So, warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. Spassvorgel. Nimm mal kaputt, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. So. So, wir machen jetzt schon mal alles da. x-falle gelust ja genau das von der freundschaft hier garstige fiescher hier unglaublich so ja ja so 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 Oh, das wurde gemacht haben. Okay. So, dann war das da hinde, die. Warte mal, kann ich mal versuchen, ob man da in der Ende So, man merke, nie kopflos agieren Uh, what the freak Okay Okay Oh, der ist cool So, dann jetzt Interessant Wie geht's hier Ende noch hin? Gibt's hier irgendwas kopflos, wo die gestanden haben? Nein, fernbar nicht Oh Ja, nice Nimm mal Aber sowas wohl Ich find's gut, dass du immer, dass man auch nur abseits gucken kann, ob man irgendwas So was sehen hat, findet man immer ein paar schöne Sache Ich guck nur viel zu selten Wir gucken mal, der vollständig geht halber, gucken wir mal drinnen noch rum Naja Bisschen mal Missionen Die meine Power Toll So Dann Gucken wir mal noch, ob wir in das Haus rin kommen Nee Kann man eben mal sowas sehen Nö, ich glaub nicht Sprich Wir müssen jetzt hier runter Können wir ein bisschen noch speichern Damit wir So nix über Spürzen Endlich mal hier ein typisches Versagen Und hier so Dreckbrühe Können wir auch grad bade gehen Oh Gott Oh Hoppala Ich bin hier doch mal die Fische Ich bin hier doch mal die Fische Entfer important Tod Nö, als ist das so warte mal wo mir ist hin, wo ist mein hingang keine ahnung so fachgerecht verteilt okay aber wie geht es hier weiter die ist ein schönes blaues wasser die frage ist noch bestimmt zum zweck hier oh guck mal hier ja jetzt wissen wir ja wo wir drauf gucken müssen okay hätte ich es nicht so erwartet gut okay 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 Tja, Weinversaußen immer gut. Okay, noch Speicher und ich würd sagen, komm wir gucken noch um den Gang, ob so irgendwas interessant das ist. Na super. Okay, auch gut. Na, ich würd fast sagen, das sieht ja irgendwie so ein bisschen nach Levelende aus oder anderes Level. Das mal das ich. Das mal das ich, muss ich sagen. Gefällt mir. So, aber ich würd sagen, da geht's wahrscheinlich noch gut weiter in der Level. Deshalb hier Posty, beim nächsten Mal geht's weiter und bis dahin dann, bye bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.